Wie benutze ich das Darknet? Das ist recht simpel erklärt, ihr müsst euch nur den Tor Browser downloaden und zusätzlich ist meine Empfehlung noch, dass ihr euch Hotspot Shield holt und das nebenbei laufen lässt bzw. ihr könnt auch jedes andere VPN nehmen, ich hab mich halt für Hotspot Shield entschieden. Das läuft schon, deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich mal Tor. So, hier sind wir jetzt, aber wir sehen noch keine geheimen Webseiten. Das liegt daran, dass das Darknet hauptsächlich über geheime Linksammlungen funktioniert. Das heißt, wir geben jetzt einfach mal eine URL, einen Link ein und kommen dann dadurch auf so eine Linkseite und hier sieht man dann auch schon ganz viele verschiedene legale oder auch illegale Seiten und sind am Ziel erreicht. Wenn man dann neue Linksammlungen finden will, dann sind die meistens hier oben direkt am Anfang der Linksammlung zu finden. Ja, und das war's eigentlich im Grunde auch schon, allerdings ist es noch nicht hundertprozentig sicher, was wir jetzt gelernt haben. Es ist schon ziemlich sicher, aber es geht noch sicherer und zwar über Tails. Das ist ein Betriebssystem. Wenn ihr das Betriebssystem auf zum Beispiel einen USB-Stick raufladet und dann euren Computer über den USB-Stick jedes Mal startet, dann seid ihr noch sicherer, das ist aber dann schon relativ viel Aufwand. Deswegen erkläre ich das jetzt auch nicht im näheren Detail, weil da kenne ich mich selber nicht gut genug aus. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und ciao!